Die Frage ist ja nicht einfach, die Lieblingsaufnahmen oder die Aufnahmen, die man am meisten schätzt. Aber da habe ich, ich war gerade in Japan und habe ganz, ganz, gar nicht lang nachgedacht. Und es sind mir einfach drei Aufnahmen eingefallen, die mich einfach sehr früh schon begleitet und getroffen haben. Und das war einerseits, fällt mir sofort eins Brahms vier, vierte Brahms, wie eine Philharmonika Kleiber. Das ist so für mich ein Inbegriff einer musikalischen Aussage. Ein Inbegriff, etwas, was mich von Anfang an begeistert hat, berührt hat, wo ich noch gar nicht gewusst habe, warum. Ist für mich einfach einer der allerschönsten Anfänge, die ein Orchester je geschafft hat. Und das zieht sich dann fort. Also diese Magie dieser vierten Brahms, bis hin zum letzten Satz, das hat mich einfach gefangen genommen. Das ist schon ein ganz, ganz großer Zauber, diese Aufnahmen.